Diese Geschichtsstunden sollten sie sich nicht entgehen lassen. Die Spiele mögen beginnen! Die Spiele mögen beginnen! Blub, blub, blub! Ah, Laura! Frische Römer sind angekommen! Oh, was mach ich! Oh, lecker, lecker, lecker! Römer, frische Römer! War das gleiche? Die Galia! Wie, was sagst du? Wenn ich den Nachricht zu verschicken habe, dann immer der Luftpost. Ach, ist der süß! Ah, die Liebe, die Liebe, mein Befreund. Dagegen habe ich leider keinen Zauberteil. Wie geht's, Obelix? Du bist ja... Mein lieber Freund Obelix, du bist verliebt! Wer? Ich? Aber wo sind wir hier Miraculix? Ich glaube, das hier ist das geheimnisvolle Land Indus. Wenn das so ist, müssen die Bewohner rot sein und heißen... Indusanen? M-men-denk-daka! Hey! Foten weg! Oh Gott! Der Zaubertrank, der Zaubertrank! 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 Legionäre, die gestanden! Zur Attacken! Ja, Storix, es wird früh. Ja, das Dorf macht allmählich auf. Es wird nicht mehr gelacht! Ihr seid jetzt in der Armee! Splendid! Wonderful! Ungerechtigkeit! Glaube ich spinne. Wirklich ein außergewöhnliches Programm. So etwas hat Rom noch nie gesehen. Prima, prima. Was muss man gesehen haben? Na los, gib mir alle fern! Ja, Faust! Na los, gib mir alle fern! Ja! Ja!